Es lädt noch, aber ich glaube, der Rechner nimmt schon auf. Also, es ist Dienstag, 17. Februar, 10.52 Uhr. Ich bin gerade mit in der Arbeit. Heute habe ich schon mal um 9 Uhr angefangen für Meta-Communications zu arbeiten. Geht bis 15 Uhr voraussichtlich, vielleicht auch noch ein, zwei Stunden länger. Mal gucken. Ja, nebenbei läuft YouNow. Ich schreibe da so mit ein paar Leuten und erzähle denen, was ich so mache. Also, was ich als Freiberufler mache. Und dann, weiß ich gar nicht, was steht denn heute noch an? Nach der 6-Stunden-Schicht werde ich noch zwei, drei Sachen, die ich als Freiberufler noch erledigen muss, machen. Dann gehe ich vielleicht nochmal schnell einkaufen. Der Kühlschrank ist schon wieder gähnend leer. Ja, und dann ist es schon wieder abends. Und mal gucken, ob heute mein neues Spiel für die PS3 da ist. Dann kann ich vielleicht mit Chris noch die ein oder andere Runde Playstation zocken und das streamen. Ja, soweit von mir. Also, wie gesagt, ich bin am Arbeiten. Wenn ihr mich sehen wollt, jetzt könnt ihr auf YouNow meinen Kanal besuchen und ansonsten mich gerne auch anschreiben. Ihr kennt ja meine Kanäle. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Das Wetter verspricht einen schönen Tag. Also, blauer Himmel, Sonnenschein, aber trotzdem knackig kalt. Hätte ich die Zeit, würde ich wahrscheinlich heute mal aufs Tempelhofer Feld fahren. Aber daraus wird leider nichts, denn es ist zu viel Arbeit gerade und zu wenig Zeit für private Dinge. Na ja, gucken wir mal. Also, dann melde ich mich morgen wieder und wünsche euch einen richtig schönen Tag.